Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Ja, wir waren bei der Lena gewesen das letzte Mal. Hallo mein Lieber, da sehen Sie ja wieder. Okay, und jetzt erzählen Sie mir aber ein bisschen mehr über Morell, über sein Aussehen, seinen Charakter, ihre Beziehung. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Naja, wie sieht Ihr Mann denn aus? Hm, er hat zwar einen leicht mürrischen Gesichtsausdruck, aber seine Augen funkeln immer vor Neugierde, wie bei einem kleinen Jungen. Und seine Handflächen sind rauf von den vielen Feldstudien, aber er ist trotzdem ein sanfter Mensch. Es ist immer schwierig, die Person zu beschreiben, die man besser kennt als alle anderen. Ja, also die Person zu beschreiben, ich verstehe schon. Versuchen wir es noch einmal. Wenn ich mich auf der Straße mit ihm treffen wollte, wonach müsste ich Ausschau halten? Ach, natürlich. Also, er ist etwas kleiner als Sie, aber dafür stämmiger. Und er hat eine weiße Mähne, die er selten kämmt. Man könnte sie fast als wild bezeichnen. Der Lieutenant holt sein Notizbuch heraus und beginnt die Beschreibung der Frau zu notieren. Eins noch. Er wird höchstwahrscheinlich alle möglichen Instrumente für die Feldstudie bei sich haben, auch wenn er gerade nicht im Schilf ist. Falls das hilft. Okay, wie lange sind Sie denn schon verheiratet? Diesen Herbst werden wir 16 Jahre verheiratet sein. Sie lächelt. Aus numerischer Perspektive ist das zwar nicht das wichtigste Jubiläum, aber aus irgendeinem Grund mag ich die unauffälligeren Meilensteine noch mehr. Okay, wie haben Sie sich kennengelernt? Über eine Partnervermittlung, wie ich zugeben muss. Nachdem ich mich von meinem Unfall erholt hatte, suchte ich nach Möglichkeiten, wieder Leute kennenzulernen und er war frisch geschieden. Wir haben uns auf Anni verstanden. Ja, so war das. Sie lächelt bemütig. Sie hat einiges Wichtiges ausgelassen. Vielleicht erfährst du später mehr. Okay. Reaktionsvermögen, alles klar. Okay, ich glaube, ich habe jetzt alle Informationen, die ich benötige. Reden wir von etwas anderem. Ja, und zwar erzählen Sie mir bitte von diesen Kryptiden. Ne, von dem seltenen Insekt, nach dem man jetzt gerade sucht. Genau. Ach, Schätzchen. Es ist faszinierend, sie hält inne. Aber ich möchte Sie lieber nicht mit entomologischen Details langweilen. Der Lieutenant zieht sich von der Seite an. Doch, doch, doch. Ich will mehr über das Insekt erfahren. Sie haben recht, für Insektenfakten habe ich gerade keine Zeit. Ne, ne, ich will das schon erfahren. Nun ja, zögert sie. Genau genommen ist es eine Phasmide. Aber, oh, 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 jetzt wird es interessant. Im Unterschied zu den anderen Phasmiden, die Stöcke oder Blätter imitieren, ist diese ein lebendiges Schilfrohr. Sie verbirgt sich mitten unter den anderen Schilfpflanzen hier an der insulindischen Küste. Von daher... Ne, sie sieht ihr in die Augen und liegt nachdenklich. Daher auch ihr Name. Die insulindische Phasmide. Vielleicht werden Sie die Phasmide zusammen mit uns entdecken, meine Herren. Sie klingt fast ehrfürchtig, als sie den Namen der Kreatur ausspricht. Ne, vielleicht werden Sie die Phasmide zusammen mit uns entdecken. Oder zusammen mit uns entdecken. Zusammen mit uns, gemeinsam. Zusammen mit uns entdecken. So. Wusste ich es doch, der Lieutenant zerheft es. Wir werden mit Kryptozoologen irgendwelchen erfundenen Insekten hinterherjagen. Sie ist nicht erfunden, Officer. Das kann ich Ihnen versichern. Ihre Erwiderung klingt sowohl defensiv, als auch selbstbewusst. Sie scheint sich in ihrem Rollstuhl etwas aufgerichtet zu haben. Sie ist einfach nur extrem scheu. So scheu, dass die meisten Zoologen aus dem Establishment an ihrer Existenz zweifeln. Existenz? Warum denken Sie, dass die Phasmide sich hier in der Nähe aufhält? Und sie ist gefährlich? Ist sie wertvoll? Hat sie coole Fähigkeiten? Sie kann halt wie ein Schilfrohr aussehen. Ja, im Schilf ist sie fast perfekt getarnt. Beim Gedanken daran hält sich ihr Gesicht auf. So ist es ihr all die Jahre gelungen, verborgen zu bleiben, um nicht zu sagen, Jahrhunderte. Okay, aber ist sie wertvoll? Ach, das möchte ich bezweifeln. Niemand betreibt die Kryptozoologie des Geldes wegen, Schätzchen. Na dann, aber ist sie gefährlich? Sie lacht vor sich hin. Nein, ganz und gar nicht. Warum sollte sie sonst so scheu sein? Äh, okay. Warum denken Sie, dass sich die Phasmide hinter Nähe aufhält? Nun ja, ein paar Jugendliche haben beim Herumknutschen im Schilf eine gesehen. Natürlich wussten sie nicht, worum es sich handelte. Aber in einer Lokalzeitung erschien ein kurzer Bericht darüber, über ihre Begegnung mit einer Gespenstschrecke, die dem Schilf ähnelt. Gerry hat uns den Ausschnitt mitgeschickt. Also ist ein Zeitungsausschnitt der einzige Beleg, den sie haben? Die meisten Sichtungen von Phasmiden sind letztlich federlahm. Aber ihre Beschreibung passte perfekt auf die insolintische Phasmide. Und sie wussten schließlich nicht einmal, was sie da vor sich hatten. Okay, alles klar. Und was ist so besonders an dieser Schilfschnecke? Äh, Schrecke? Oh yeah, ich habe das Gefühl, dass ich das gar nicht so gut erkläre. Sie ist etwas ganz Besonderes. Vor Befangenheit wird die Frau ganz rot im Gesicht. Morell kann das alles viel besser erklären. Ich wünsche, Sie könnten hören, wie er sie beschreibt. Dann würden Sie es sicher verstehen. Okay, jetzt reden wir bitte nochmal über diese Kryptiden. Das war nämlich doch interessant. Wissen Sie was? Zum Teufel damit! Erzählen Sie uns mehr über Kryptiden? Kim geht zu Ragi, taul auf. Ja, geht doch ab. Also, welcher Kryptiden ist denn der winzigste? Äh, Kryobacter, ja genau, Kryobacter cutlensis. Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Kryobacter cutlensis? Ja, ein einzelliges Bakterium, das vor etwa 70 Jahren in einer der nördlichsten Gegenden auf Katla, auf der borealischen Hochebene entdeckt wurde. Und zwar von der berühmten Geologin Kathleen Mijanu. Und was ist das Besondere daran? Die Bakterienkolonie, die Mijanu fand, hatte länger im Eis überlebt, als man es mit Sicherheit abschätzen konnte. Auf jeden Fall seit vor dem Beginn der Geschichtsschreibung. Äh, okay. Wollen Sie damit sagen, dass irgendwo in der Welt eine unsterbliche Geologin herumläuft? Nein, aber... Ja... Äh, ja, okay. Und sie ist auch ziemlich verrückt. Nachdem sie sich mit den Bakterien behandelt hatte, hörte sie auf zu altern, wurde aber auch zunehmend exzentrisch und jähzorniger, sodass sich ihre langjährigsten Freunde von ihr abwenden mussten. Äh, 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 nochmal. Wir können davon ausgehen, dass sie seit Jahrzehnten irgendwo in der Wildnis lebt, ganz allein, bis auf Cryobacter kathlensis in ihrer Blutbahn. Okay. Dann müssen wir nochmal fragen. Das kann ja nicht gewesen sein. Okay, Moment. Sie hatte sich injiziert? Ja. Die Bakterien hatten seit Urzeiten im Eis überlebt. Es lässt sich leicht nachvollziehen, wie sie auf die Idee gekommen ist. Äh, ehrlich gesagt, ist es eher schwer nachvollziehen. Da wirft einen skeptischen Blick zu. Aber, äh, bitte erzählen Sie weiter. Okay. Also, das verstehe ich nicht. Warum sollte man sein Leben verlängern? Es ist doch eine Tortur am Leben zu sein. Auch ich habe vor, ewig zu leben, als Symbol. Sie hat sich auf den Untergang vorbereitet. Sie wollte den Vorgang des Zwielichts erleben und festhalten. Unsterbliche Bakterien? Eine unsterbliche Geologin? Das ist nicht so weit hergeholt. Nee, genau. Es ist doch eine Tortur am Leben zu sein. Nö. Auch ich habe vor, ewig zu leben, als Symbol. Alles hat sein Preis, Schätzchen. Nachdem, äh, Mishanus sich mit den Bakterien behandelt hatte, hörte sie auf zu altern. Achso, ja, okay. Das haben wir schon gelesen. Alles. Okay. Aber was ist der gefährlichste Kryptid? Der Gnom von Geroma. Sie machte eine dramatische Hause. Der Gnom von Geroma? Das klingt furchterregend. Der Gnom von Geroma? So schlimm klingt das gar nicht. Nö, so schlimm klingt das gar nicht eigentlich. Das war er aber. Keine seiner Opfer hat überlebt. Und da das Gift des Gnomes die organischen Gewebe auflöste, haben trauernde Verwandte nicht einmal ihre Überreste gefunden. Okay, und wie sah dieser Glutid aus? Wir richten zufolge, handelte es sich um ein kleines Wesen mit Häuten zwischen den Fingern und einer hervorstehenden Stirn. Ein unschönes kleines Ding. Ziemlich furchterregend. Ein paar Camper fanden ihn, als er bereits im Sterben lag. Sie hörten im Wald ein seltsames Geheulen und folgten den Geräuschen. Sie hatten Angst und wickelten ihn in eine Abdeckplane ein, um ihm die Luft abzuschnüren. Sieh dich an. Sieh dich an. Und der Tonfall ist plötzlich ernst. Es hat dennoch einen ganzen Tag gedauert, bis der Gnom von Geroma tot war. Wenn der Kadaver der Kreatur gefunden wurde, der Lieutenant kann sich nicht verkneifen. Warum gibt es in wissenschaftlichen Lehrbüchern dann keine detaillierten Illustrationen zu ihm, welche die Existenz dieser äußerst tödlichen Spezies belegen? Leider hat der erste Wissenschaftler, der den Kadaver der Kreatur in die Finger bekam, ihn in einen Behälter mit Formaltehyd gesteckt. Er glaubte, dass sich das Gift des Gnomes so detoxifizieren ließe. Stattdessen sickerte das ganze Gift aus den Zähnen der Kreatur heraus und in die Flüssigkeit, in der sie schwamm, sodass die Kreatur sich selbst darin auflöste. Man könnte es als poetisches Ende betrachten, aber für die Wissenschaft war es ein herber Verlust. Ihre Worte scheinen hauptsächlich für sich selbstbestimmt zu sein. Okay. Und gibt es auch unsichtbare Kryptiden? Was für eine interessante Frage. Und die Antwort lautet, ja, ja, es gibt einen. Natürlich, natürlich gibt es einen. In allen Märchen kommt jemand oder etwas Unsichtbares vor. Oh ja. Sie haben recht, Kim, es ist kindisch, aber ich muss es wissen. Psst, Kim. Sie will mir von dem unsichtbaren Kryptiden erzählen. Was ist das für einer? Der Koldo Mamadakwa. Die Frau rückt ihre Brille zurecht. Der Name bedeutet so viel wie der feine Flüsterhauch. Und genau daraus besteht er aus Schallwellen, die sich von selbst replizieren. Unsichtbar und immateriell. Der Koldo Mamadakwa fürchtet sich sehr vor uns, was es unglaublich schwierig macht, ihn aufzuspüren. Okay, und wie klingt er denn? Könnte er hier sein? Was für Belege gibt es, dass dieses Tier ein Ton ist? Warum hat der Mamadakwa solche Angst vor uns? Wie klingt er denn? Wie nichts. Es ist ein so hoher Ton, dass wir Menschen ihn nicht hören können. Genauso wenig wie andere Tiere. Er könnte sich direkt vor ihrem Fenster befinden, ohne dass sie es wüssten. Er könnte überall sein. Der Leutnant sieht sich skeptisch an. Na gut, ich will es wissen. Wie genau kann ein Tier ein Ton sein? Viele Wissenschaftler haben die gleiche Frage gestellt. Manche behaupten, dass es kein Ton per se ist, sondern ein winziges Korpuskel, das Schallwellen von sich gibt. Aber für diese Theorie gibt es keinerlei Belege. Okay, aber könnte er hier sein? Möglich wäre es, antwortet sie ruhig. Wie ich sagte, er könnte überall sein, ohne dass wir es wüssten. Er könnte jeden Tag unseres Lebens flüstern und jede Nacht. Oh mein Gott, vielleicht ist er ein Raubtier. Was, wenn es sich um ein Raubtier handelt? Ausgeschlossen. Keine Sorge, wenn er ein Raubtier wäre, hätten wir ihn durch den von ihm angerichteten Schaden gefunden. Ich wäre mir da nicht so sicher. Was, wenn es sich um Fütterungs-, Paarungs- und Migrationsmuster handelt? schienen. Sie basierten auf Schallwellen eines eng begrenzten Spektrums von Ultraschallfrequenzen, die noch höher waren als die höchsten Laute von Fledermäusern. Sie verwandelt sich geradezu, wenn sie von diesen seltsamen Tieren redet. Eine selbstbewusste Frau. Ihnen wurde klar, dass sie eine neue Spezies entdeckt hatten. Sie nannten sie den Koldo mamadagua, nach dem perikarnassischen Namen für die Stimme Gottes, die angeblich sehr still sein soll. Sie waren regelrecht fixiert auf diese kleinen Vögel, obwohl sie sie nicht sehen konnten. Konnten sie die verschiedenen Individuen unterscheiden? Und? Sie lächelte. Sie gaben ihnen sogar Namen. Okay, und wie hießen sie? Sequestra, Time, Josca, Zinnik. Das sind nur ein paar der Mamadagua, die sie separat verfolgten. Okay, und warum hatte Mamadagua solche Angst vor uns? Das ist eine traurige Geschichte, sie legte still in Falten. Eine Gruppe von Studenten half bei der Feldstudie und wegen ihres Enthusiasmus für das Projekt und sicher auch, weil sie ihre Professoren beeindrucken wollten, sollten sie beinahe für sein Aussterben, äh, sollten sie beinahe für sein Aussterben. Äh, seit Oststerben? Sie nickt ernst. Sie versuchten mit ihm zu kommunizieren, verfügten aber über keine anderen Mittel als Töne. Also begannen sie, äh, Schallwellen auf Frequenzen auszusenden, von denen sie annahmen, dass sie das, äh, dass sie mit denen das Mamadagua übereinstimmen würden. Und was passiert, wenn eine Schallwelle auf eine andere Schallwelle mit der gleichen Frequenz trifft, mein Lieber? Diese Frau sollte wirklich eine gute Lehrerin sein. Sie ist wirklich gut im Erklären. Äh, gute Frau, ich weiß es nicht. Und sie verstärken sich gegenseitig. Nein, sie heben sich da auf. Was ist los mit ihr? Sonst könnten sie doch nicht aussterben. Natürlich heben sie sich auf. Und diese Tests wurden so rigoros durchgeführt, dass sie, als sie auf die richtige Frequenz stießen, den Großteil des Bestands auslöschten. Tiefes Bedauern leckt sich über sie wie ein baberndes Tuch. Danach müssen die Korpuskeln wohl weitergezogen sein. Es wurden noch weitere Anomalien, ähnlich denen aus dem Ea-Gebirge, aufgezeichnet, aber nur sehr wenige. Es ist unmöglich, an irgendeinem Ort die Präsenz eines stabilen Bestands von Koldo-Mara-Quagwa, äh, Dakwa-Dach zu weisen. Natürlich, der rote Faden, der sich durch diese Geschichten zieht, das Verschwinden, die fehlende Falsifizierbarkeit, er räumt ein. Die Geschichte hat mir allerdings gefallen. Das freut mich, mein Lieber. Es scheint sie wirklich zu freuen. Okay, interessantes Thema. Interessantes Thema. Also, man kann von diesen Kryptiden einfach nicht genug bekommen. Sie grinst. Es freut mich, dass sie an ihnen Gefallen gefunden haben. Aber ich bin nicht die Richtige, um ihnen von allen Kryptiden zu erzählen. Falls ich die Gelegenheit biete, sollten sie meinen Mann danach fragen. Er ist der eigene Experte. Okay, das wäre dann vorerst alles. Oje, Beherrschung. Als du dich umdrehst, fällt dir ein strahlendes, hättes Licht in die Augen, sodass du dir sie unweigerlich zusammenkneifst. Woher kommt das? Von einem fernen Sonnenuntergang? Einem Bühnenscheinwerfer? Einem Fotoblitz? Von keinem bestimmten Ort? So etwas tun die Superstars gar unter den, äh, sowas tun die Superstars unter den Gesetzeshütern eben. Sie blinzeln ins Licht und sie lösen allen möglichen Scheiß. Hätt ich gesagt, klingt das seltsam, aber die Wörter Superstar und Gesetzeshüter gemeinsam in einem Satz auftauchen. Ha, ja, ich bin ein Superstar und ich habe in letzter Zeit hart daran gearbeitet, diesen Ruf zu festigen. Oje, oja, das hast du. Du bist ein Bulle mit einem großen Schwanz und dicken Eiern. Dick Mullen. Salam, Rocky Bay. Ein knallharter, am Abgrund entlang tanzender Disco-Bulle. Es ist Zeit, sich in eine groteske Fantasiewelt zurückzuziehen. Auf geht's. Kamera, Scheinwerfer, äh, Action. Augenblick hast du gerade groteske Fantasiewelt gesagt. Ja, jenseits von hier erwarten dich bloß Kummer, Entzündungen, der Atemwege und Gefäßverkalkung. Hier sagst du Action und verpasst all dem ein neues Konzept. Hier erfindest du dich neu und wirst zum ersten Star-Polizisten der Welt. Hier nimmt deine Legende ihren Anfang. Ha. Okay, nee, drauf geschissen. Action. Ah, ein plötzlicher Lichtblitz lässt die Welt um dich herum erstarren und dich ebenfalls. In ikonischer monochromer Beleuchtung steht eine schwarze Silhouette vor einer gerasterten, orangenen Welt. Jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los, oder? Ich hab keinen Bock, mit dem Gart zu reden. Der geht mir ja richtig auf den, auf den, äh, behördlichen Keks. Die Tomaten sind so dünn geschnitten, dass du durch sie hindurchsehen kannst. Na toll. Aha. Ich weiß, wie man das ausspricht. Gorachi? Gorachi Kubrick. Ein dünner Mann raucht unter einer Abzugshaube und nippt gelegentlich an seiner Tasse. Das muss der Koch des Wörlings sein. Als du hereinkommst, liegt er zum Tisch hinüber und sagt etwas seiner unverständlichen Fremdsprache. Als du diese Wörter identifizieren kannst, äh, alles, was du als Wörter identifizieren kannst, ist Gorachi und Kubrick. Das muss sein Name sein. Gorachi, Gorachi Kubrick. Wird sich bedeutsam an. Ach, Gorachi, ich habe Fragen an Sie. Herr Kubrick, ich bin aufgrund offizieller polizeilicher Angelegenheit hier. Ja. Ach, Gorachi, ich habe ein paar Fragen an Sie. Der Mann stellt seine Tasse ab und antwortet irgendwas. Mit seiner linken Hand zeichnet er Kurven in die Luft. Mhm. Na, übrigens wird in Revacholl-Revachollisch gesprochen. Oje, nein. Wissen Sie, was sich in dieser blauen Tür befindet? Sie haben hier ja ein paar beeindruckende Töpfe. Wachen wir mal so, fangen wir harmlos an. Er lächelt und schlägt seine Kelle nacheinander gegen jeden seiner Töpfe. Äh, es hört sich beinahe nach Musik an. Besonders zusammen mit den Geräuschen der verschiedenen Gerichte, die auf dem Herd kochen und schmoren. Okay. Wissen Sie, was sich hinter dieser Tür befindet? Er blickt zu dir auf, sieht dann schnell weg, zuckt mit den Schultern und murmelt etwas in sich hinein. Achselzucken ist ein internationales Zeichen für nein, ich weiß nicht, was sich hinter dieser Tür befindet. Okay. Komm, jetzt machen wir hier mal einen auf Revacholl an. Hoffentlich muss es uns nicht übel. Der Revachollisch wird hier gesprochen. Der Lieutenant runzelt die Stirn. Dieser Mann ist ein Ausländer. Näh, äh, Revachollisch wird hier gesprochen. Ja, nicht dieses Kauterwelsch, was aus ihm heraus blubbert. Wir sprechen zu Resnisch. So etwas wie eine Revachollische Sprache gibt es nicht. Er seufzt, aber keine Sorge. Ihre Botschaft bleibt trotzdem klar. Der Koch raucht immer noch. Asche fällt zwischen seinen Fingern herab. Okay, seine Hände sind groß und sauber. Ein Glück, dass er kein Wort von ihrer Dummheit verstanden hat. Schlussfolgerde. Okay, das war's dann. Auf Wiedersehen. Tschüss, Goracek. Was ist das hier? Uh! Da klauen wir dem Koch mal ein bisschen Geld aus der Büchse raus, gell? So sind wir halt. Verkommen durch und durch. Ne, ich will da gar nicht reingehen noch. Wir haben ja auch Zeit, hieß es. Wir haben Zeit. Reden wir mit der Dame hier. Lass mich das übernehmen, sagt Elisabeth. Detektiv orientierungslos. Wollen Sie sich immer noch, wo Sie sich befinden? Das ist Martinez, in der Fall, dass Sie es vergessen haben. Ich empfehle Ihnen nicht, dass Sie Ihre Willkommen überlassen. Sie sind die Gärtnerin. Sie haben mich angelogen, Sie sind keine Gärtnerin. Ich wollte nur mehr über die Gegend erfahren, bevor ich sie mir ansehe. Das ist ganz normal. Nein, Sie haben mich angelogen. Sie sind keine Gärtnerin. Oh Gott. Stimmt, ich bin keine Gärtnerin. Ich bin Justiziarin der Hafenarbeitergewerkschaft. Sie verschränkt die Arme. So, let's get to it. You're looking for Titus Hardy. You think he has information that will help you? Maybe he does. Okay. Als kommen wir zur Sache. Sie suchen nach Titus Hardy. Sie glauben, er verfüge über Informationen, die Ihnen weiterhelfen können. Das könnte stimmen. Sie deutet auf den Mann zu ihrer Rechten. Das ist Titus. Habt ihr mit ihm. Aber nicht das. Ich werde dir ein Augenblick aufhalten. Das ist Titus. Das ist Titus. Reden Sie mit ihm. Aber lassen Sie sich eines gesagt sein. Ich werde sie im Blick behalten. Sie werden ihn weder unter Druck setzen, noch ist das hier etwas Offizielles. Der Bezirk von Martinez erkennt ihre Befugnis, Festnahmen durchzusetzen, nicht an. Okay, das hört sich jetzt ganz stark so an, als hätten wir den Mörder. Es spielt keine Rolle, ob sie unsere Autorität anerkennt. Wenn wir müssen, nehmen wir eine Festnahme vor. Sie erwidert nichts. Die Wut in ihrem Blick spricht für sich. Du weißt genau, dass der lockere Leo, eine Anwältin Elisabeth, irgendetwas erwähnt hat. Was? Was ist das für ein Satz? Okay. Ah, fehlgeschlagen. Okay. Aber du bist zu dumm, um dich an Einzelheiten zu erinnern. Okay. Welche Rolle spielen Sie in all dem? Was, wenn ich mit Ihnen reden will, nicht mit Titus? Was werden Sie mit mir machen? Warum sind Sie so aggressiv? Da soll ich mit Titus reden. Ja. Nee, warum sind Sie so aggressiv? Aggressiv? Sie verdienen Ihre Brötchen, indem Sie Gewalt durchsetzen. Diese Leute sind bloß Hafenarbeiter. Sie haben uns also ausspioniert. Und jetzt vertreten Sie die Interessen von Mordverdächtigen. Bloßen Hafenarbeitern. Hören Sie gut zu, Sie Lakaien der Moralinternen. Sie sind eine Bande, die die ungesetzliche Privatisierung von Rehmaschul vollstreckt. 20 Fettsäcke im Okzident reißen sich alles unter den Nagel. Und Sie sind Ihre Leibwächter. Verdammt, ja. Der großgewachsene Mann mit den breiten Schultern nimmt einen Schluck von seinem Bier. Das um 8.44 Uhr. Stellen Sie Ihre Fragen oder scheren Sie sich zurück zu Ihren Herrn und Meistern. Okay. Die Welt braucht eine finanzielle Pufferzone. Keinen Grund emotional zu werden. Die Privatisierung ist nicht ungesetzlich. Sie ist cool und witzig. Vielleicht haben Sie einfach kein Interesse an Geschichte. Keine Ahnung, wo Sie das herhaben, aber es stimmt nicht. Die BMR ist prinzipientreu und stark. Ganz im Gegenteil zu Sozialisten wie Ihnen. Das gefällt mir. Ein guter Anfang. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Bewaffneter Aufstand. Welche Pläne verfolgt die Gewerkschaft? Alles klar, das machen wir. Stellen wir die Fragen. Ich traue mich nicht richtig, was zu fragen. Ja, das bringt nichts. Sei es, hier einen Streit anzufangen über Sozialisten und alles. Das ist ja Blödsinn. Das gefällt mir. Ein guter Anfang. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Bewaffneter Aufstand. Welche Pläne verfolgt die Gewerkschaft? Zieh mal einer an. Ein Witzbold. Ihre Mini verhärtet sich. Erledigen Sie Ihre Arbeit. Stellen Sie Ihre Fragen und hauen Sie dann ab aus Martinez. Okay. Welche Rolle spielen Sie in all dem? Wie ich Ihnen bereits sagte, ich bin eine Justiziarin. Sie verschränkt die Arme. Haben Sie ein Problem mit den Ohren? Naja, tschüss. Auf die habe ich keinen Bock. Rhetorik. Hey, hey, pst. Wer ich? Ja. Auf der Straße heißt es, dass du bereit bist, den Kommunismus wieder aufzubauen. Äh. Okay. Woher will die Straße das denn wissen? Du sagst ständig Sachen wie nieder mit der Bourgeoisie, fress die Reichen, fickt die Landbesitzer in den Arsch, fehlt alle Leute, die mehr als 25 Real in der Tasche haben, bringt einfach alle Menschen um, egal wo sie politisch stehen. Solche Sachen halt. Oh ja, das klingt nach mir. Okay, vielleicht habe ich ein paar links angehauchte Sachen gesagt, aber nicht sowas. Oh ja, die Maske der Ambivalenz. Du kannst es nicht leugnen. Du stehst kurz davor, die Maske der Sozialdemokratie herunterzureißen und das monströse siebenäugige Lamm des weltweiten Kommunismus zu enthüllen, das die Menschheit verschlingen und zerkauen wird. Das ist offensichtlich. Also raus damit. Hast du irgendwelche Fragen, bevor wir dich zum großen Erbauer des Kommunismus machen? Oder legen wir direkt los? Moment, kannst du merken, worauf es um dich im Kommunismus überhaupt geht? Könnte witzig sein. Du krempelst die Ärmel hoch und beginnst dabei, den Kommunismus zu erbauen. Das ist zu anstrengend. Wir wollen doch keinen Kommunismus erbauen. Worum geht es bei dem Kommunismus? Ums Scheitern. Er dreht sich ums Scheitern. Ums Scheitern? Ja, ums Erbärmliche Scheitern. Um die totale, unabänderliche Niederlage an allen Fronten. Die Arbeiter waren vollkommen besiegt, geschlagen, mussten den Bordstein fressen, wurden angepisst, bis du auf der Bildfläche erschienen bist. Du wirst das Schicksal der Arbeiter dieser Welt wenden. Du kämpfst allein gegen jedes Lebewesen, gegen jeden lebenden Menschen, gegen 800 Billionen Real, die sich in den Händen einer unfassbar gut organisierten, herrschenden Klasse befinden. Gegen in den Himmel ragende Häuser, blocks voller Banker, denen die Premierminister hörig sind. Gegen aus vielen Millionen Soldaten bestehende Armeen von Nationalstaaten und gegen die Liebe deiner eigenen Mutter. Du kämpfst gegen Atom, Scham und Spin. Wo die ganze Welt gescheitert ist. Wo die Materie sich dem Willen, menschlichen Willen zu beugen, geweigert hat. Wo der menschliche Wille es nicht geschafft hat, aus dem Bett zu kommen und sich die Schnürsenke zuzubinden. Dort wirst du allein, im Alleingang, den träumen der Arbeiterklasse, neues Leben einhauchen. Du bist der letzte Kommunist. Oh Gott, das ist gut. Was für eine flammende Rede. Okay. Nö, das ist zu anstrengend. Dazu habe ich nicht das Zeug. Ich bin niedergeschlagen und gebrochen. Na schön. Dann wird wohl niemand den Kommunismus erbauen. Sag dem Arbeiter, dass es vorbei ist. Es sei denn, es hat jemand Einwände. Hat jemand Kokain erwähnt? Was? Ziehen wir uns Kokain rein? Nicht? Ich bin mir sicher, dass jemand Kokainismus gesagt hat. Irgendjemand? Sonst noch irgendwer? Niemand? Willenskraft. Jemand hat Einwände. Oh Gott. Die Willenskraft. Also was soll ich machen? Du solltest den Kommunismus erbauen. Eben weil es ein unmögliches Unterfangen ist. Du kreppelst die Arme hoch und beginnst. Das muss erbauen. Leute, es ist witzig auf jeden Fall. Nein, sei ruhig. Ich will mich hinlegen und mich vom Wasserfluss abwärts treiben lassen. Du kreppelst. Nein, 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 nein. Wir verwerfen den Gedanken trotzdem. Man kann nicht jedem Gedanken hier nachgehen. Oh Gott, Leute. Also, bitte. Wir gehen da nicht rein. Wir reden erstmal woanders. Wir gucken mal nach der Leiche draußen. Da gucken wir mal ein bisschen dagegen rum, was es da zu sehen gibt. Also, lasst ein Like da. Lasst ein Kommentar da. Und lasst ein Abo da. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Und ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.